Im US-Bundesstaat Texas ist am Mittwoch in der Nähe von Dallas eine Industrieanlage in Brand geraten. Die ansässige Firma stellt Kunststoffe und Folien her. Der zuständigen Feuerwehr von Grand Prairie zufolge war eine Hochspannungsleitung auf ein Lager gestürzt. Verletzte soll es zunächst nicht gegeben haben. Offiziellen Angaben zufolge brach der Brand am frühen Mittwochmorgen aus. Feuer und Rauch waren auch aus großer Entfernung noch zu sehen. Es sollen sich mehrere Explosionen ereignet haben.